Hallo und herzlich willkommen zum FAZ-Podcast für Deutschland. Ich bin Katrin Jakob und bei mir ist mein Kollege Michael Götz. Hallo Michael. Hallo Kathi. Michael, wir haben den Hörern dieses Mal eine etwas provokante Frage gestellt, oder? Ja, und zwar haben wir gefragt, sind Hafermilchtrinker die gesünderen und besseren Menschen? Und da haben uns Unmengen Leute geschrieben. Wir haben tatsächlich wahnsinnig viel Post bekommen, auch richtig viele Sprachnachrichten und ich bin sehr gespannt auf die Sendung heute. Ja, wir sprechen in der Sendung mit Pia Heinemann, Co-Ressortleiterin der Wissenschaft, mit Wirtschaftsredakteur Sebastian Balster aus unserem Haus, der schon viel zu dem Thema auch geschrieben hat, und mit Eva Balösius. Sie ist Professorin für Kultur, Soziologie und allgemeine Soziologie an der Leibniz-Universität Hannover, außerdem Gründerin des Leibniz-Forschungszentrums Wissenschaft und Gesellschaft zum Thema Essen, forscht sie schon seit den 90er Jahren und sie ist Autorin des Buches Soziologie des Essens. Ja, und unsere Hauptgesprächspartner sind natürlich Sie, liebe Hörerinnen und Hörer. Legen wir los. Es gibt Tage, da haben wir mehr Hafermilch im Verkauf als Kuhmilch. Ich würde so sagen, es liegt bei uns aktuell bei 60, 40 für Kuhmilch noch, aber die Tendenzen steigen zu Hafermilch. Man hat immer witzige Konversationen, wenn man sagt, wenn jemand sagt, ich hätte gerne normale Milch und beispielsweise unsere jüngeren Mitarbeiter dann sagen, ah, sie hätten gerne Hafermilch, weil es für die dann natürlich normale Milch mittlerweile Hafermilch ist. Das sieht man tatsächlich doch noch sehr auch so im Altersunterschied, dass die älteren Generationen, ich würde so sagen, Ü50, Ü60 schon noch mehr zu Kuhmilch tendieren. Manche auch noch nach frischer Milch fragen, aber auch die Offenheit der älteren Generation, was Neues zu testen. Ja, das war der Außeneinsatz unseres Volontärs Jakob Kremcu, der sich durch die Frankfurter Kaffee-Szene geschlagen hat mit dem Mikro in der Hand und diese O-Töne mitgebracht hat. Ja, wir haben gehört, in dem Café ist es zumindest so, dass die Hafermilch total beliebt ist. Hafermilch oder Kuhmilch, das ist aber auch ein Thema, wozu irgendwie jeder eine Meinung hat und das jeden interessiert. Das haben wir auch daran gemerkt, dass ein Artikel über Hafermilch tatsächlich einer der beliebtesten Artikel auf FATSnet ist. Warum? Das sagt uns unser FATSnet-Chef Kai Tore Philipsen. Ja, es ist oft so bei uns, dass die Leser das lesen, was überraschend ist, womit sie eben nicht rechnen. Und momentan ist es ja allgemeine Meinung, dass Hafermilch gut für die Umwelt ist, gut für die eigene Gesundheit ist. Und wenn wir dann einen Artikel haben, wo uns eine Forscherin erzählt, dass Hafermilch eben nicht immer so gesund ist oder doch nicht so gesund ist, dann interessiert das besonders viele Leser und deswegen war dieser Artikel so erfolgreich. Nichtsdestotrotz hat mich das ganz schön verwundert, dass der Artikel wirklich so beliebt ist und einige von Ihnen offensichtlich auch. Ach du meine Güte, wie kann man nur, wenn die Welt unterzugehen droht, in Krieg und Klimakrise solche alberne Fragen stellen? Ja, das war Hermann Masian, der hat uns eine Sprachnachricht geschickt. Ich muss ehrlich sagen, ich kann es auch ein bisschen verstehen. Es gibt ganz, ganz viele große Themen da draußen, die wir auch in dieser Woche tatsächlich auch schon besprochen haben, muss man sagen. Ich weiß auch noch, als das Thema aufkam, haben wir es uns nicht leicht gemacht und haben viel darüber gesprochen. Machen wir das jetzt? Machen wir es nicht? Wie siehst du das denn? Ja, genau, als wir darüber gesprochen haben, haben wir gemerkt, dass tatsächlich jeder eine Meinung dazu hat. Also, dass jeder irgendwas zum Thema Hafermilch, Kuhmilch zu sagen hat. Und das Thema Ernährung ist gar nicht so ein kleines Thema, wie unsere Gesprächspartnerin Eva Balösius uns erzählt hat. Wenn Sie jetzt einfach überlegen und gucken, was die Personen, die diese Hafermilch trinken, damit verbinden, dann verbinden sie, also die wenigsten haben eine Laktoseintoleranz und trinken sie deshalb. Und das Interessante ist, dass wenn man das etwas länger historisch angucken würde, man die Bedeutung, die aufgelagert werden auf diese Lebensmittel, dass die eigentlich die Signatur einer bestimmten Epoche wiedergeben. Also, wenn wir jetzt mal auf den ökologischen Fußabdruck gehen oder auf Klimawandel, ist das natürlich etwas, was für unsere Zeit steht. Und wir würden jetzt meinetwegen ins 19. Jahrhundert oder zu Beginn des, also am Ende des 19. Jahrhunderts gehen und gucken, da gab es eine große, gab es große vegetarische Bewegung in Deutschland und in England und in den USA. Und da war aber das, was die Personen aufgelagert haben, etwas ganz anderes. Es war gegen den Prozess der Industrialisierung gerichtet. Also, da ging es, eigentlich war das Motto Rückkehr zur Natur. Also, wenn Sie gucken, wo der Ursprung eigentlich der Ethik ist, dann ist das eigentlich die Frage, mit wem teile ich das Essen, mit wem habe ich das zu teilen, wann darf ich töten, also wann darf ich Tiere töten und ähnliches. Und weil wir mit dem Grundform der Verständigung darüber entwickelt haben, was sein soll, was nicht sein soll, was amoralisch ist, was Normbrüche sind oder was den Klimawandel angeht, wird auch der Klimawandel, ich finde, sehr, sehr stark anhand des Essens diskutiert. Dabei, wenn Sie gucken, der CO2-Ausstoß ist über Mobilität und über Heizen viel gravierender als beim Essen. Aber über das Essen sich zu verständigen, da haben wir halt Muster, die lange etabliert sind und worüber wir uns sehr gut und sehr schnell verständigen können. Über Essen verständigen ist ein gutes Stichwort. Ist natürlich auch abzulesen in den Trends auf Social Media, wenn wir alle Fotos von unserem Essen machen und das in alle möglichen Kanäle posten, oder? Also ich glaube, das ist natürlich die Technik, die wir jetzt haben. Ja, also die Technik ist, dass wir Fotos davon machen können. Ja, also wir machen ja permanent jetzt Fotos, weil das einfach so billig geworden ist und weil man sie so schön und schnell miteinander teilen kann. Aber wenn Sie einfach mal an Urlaubskarten denken oder so weiter, an Briefe, da haben Sie auch immer reingeschrieben, wie das Essen ist. Also, dass man sich über das Essen verständigt und das Essen mitteilt, um zu sagen, ob man sich wohlfühlt oder nicht wohlfühlt, ist auch völlig normal. Dass Menschen machen das natürlich unterschiedlich. Ach so, ja, das ist gerade schon angeklungen übrigens. Und wir haben die ganze Zeit von Hafermilch geredet. Das ist aber nicht ganz richtig, wie uns unsere Hörerin Andrea Seifert gesagt hat. Es gibt sowas wie ein Lebensmittelgesetzbuch. Da steht genau definiert drin, was unter Milch gefasst werden darf und was nicht. Deswegen bitte aufpassen bei den Begrifflichkeiten. Also Hafermilch ist nicht korrekt. Und deswegen halten wir uns da jetzt auch dran, Michael. Wir sagen ab jetzt Haferdrink, okay? Sagen wir das wirklich? Ich finde, eigentlich ist im Landläufigen ja auch Hafermilch unterwegs. Also ich glaube, wir können es uns nicht ganz verbieten. Stimmt. Und wir haben ja Pia Heinemann dazu auch noch gefragt, unsere Gesundheitsexpertin, oder? Richtig. Also für mein Empfinden ist es Geschmackssache. Milch ist halt Milch. Und das andere ist eben natürlich kein Ersatz. Also es ist einfach was ganz anderes. Es ist kein tierisches Erzeugnis, sondern es ist etwas, was die Funktion von Milch irgendwie ersetzen soll. Also ich brauche etwas, mit dem ich kochen kann. Ich brauche etwas, mit dem ich einen besseren Geschmack in den Kaffee bekomme. Und dafür hat man diese Ersatzprodukte gemacht. Aber es ist natürlich kein Eins-zu-eins-Ersatz. Ja, vielleicht können Sie uns verzeihen, wenn wir doch immer mal wieder in die Hafermilch abrutschen. Wir haben die Frage ja auch so gestellt. Und natürlich haben Sie uns auch im Querschnitt fast alle mit der Hafermilch geantwortet. Und man muss dazu sagen, Frau Seifert hat uns eröffnet, dass sie Ernährungswissenschaftlerin ist und natürlich sich da richtig gut auskennt. Was hat bitte eine Kategorie wie besserer Mensch im Sinne eines moralisch besseren Menschen damit zu tun, dass man Hafermilch trinkt oder nicht trinkt? Das ist genau das Problem, was wir bei dieser ganzen Ernährungsdiskussion immer wieder haben, dass hier sehr schnell moralisieren wird. Es wird da hineingegriffen in den Teebeutel oder in den Milchkaffee. Und da sagen Sie, als ob das so ist. Und Ihre Frage stellt das genau rein. Also wenn mir jemand jetzt in meinen Milchkaffee greifen würde, dann hätte ich ein ganz schönes Problem. Aber ich glaube, natürlich geht es da um eine ganz andere Sache. Nämlich, dass wir uns im Querschnitt, glaube ich, alle nicht gern reinreden lassen, was wir zu uns nehmen, oder? Ja, stimmt schon. Und dass man teilweise auch so ein bisschen fast so ein schlechtes Gewissen bekommt, wenn man sieht auf dem anderen Teller, da sind nur gesunde Sachen oder der trinkt jetzt Hafermilch und wahrscheinlich ist das ja doch irgendwie besser für die Umwelt. Und ich trinke aber doch noch Kuhmilch oder esse Fleisch. Das ist schon ein Thema, was die Leute irgendwie bewegt. Auf jeden Fall. Ja, und warum das so ist, warum uns das auch so aufregt, wenn andere uns da reinreden wollen, das haben wir Eva Balösius gefragt. Wir haben in unseren Gesellschaften, wir nennen das auch die Gesellschaft der Individuen, die Vorstellung, dass das gesellschaftliche Zusammenleben eines ist, wo die Individuen mehr oder weniger selbstdiszipliniert eigenverantwortlich agieren sollen. Also Prozesse der Individualisierung und so weiter. Das ist eigentlich das zentrale Motiv. Und dann immer dagegen, es soll nicht verboten werden. Das ist ja so das Hauptargument der Gegner. Ihr geht in eine Schiene des Verbrotes rein. Ihr wollt mir meine Kuhmilch verbieten. So, und das ist natürlich eine andere gesellschaftliche Lösung von Problemen, wenn man über Verbote agiert. Das könnte man ja auch machen. Macht man aber nicht in unserer Gesellschaft. Und gleichzeitig ist aber natürlich dadurch, dass das verbunden ist mit, ich tue etwas gegen den Klimawandel, ich nehme meine Pflicht der Eigenverantwortung an, hat das natürlich eine Folgewirkung für diejenigen, die Kuhmilch trinken, weil denen dann im Grunde genommen signalisiert wird, du übernimmst diese Verantwortung nicht. Das ist ja so ein bisschen dieses schlechte Gewissen, wovon wir eben schon geredet haben, was einem da gemacht wird. Und da hat uns Manuel Hengstberger auch zugeschrieben aus München. Und der hat gefragt, warum Deutschland nicht einfach in Vielfalt leben kann. Er findet Eingriffe in persönliche Ernährungsfragen total unangebracht. In Ernährungsfragen eingreifen würde gerne Tobias Defke. Ihn interessiert nämlich, wie man vielleicht noch mehr Menschen zum Verzicht auf Tierprodukte überzeugen kann. Er ist erstmal aus ökologischen Gründen auf Hafermilch umgestiegen, obwohl sie ihm nicht schmeckt. Und ist dadurch auch zu der Meinung gekommen, dass er zu einem zumindest ein bisschen besseren Menschen geworden ist. Wir haben diese Frage weitergegeben an Eva Balösius. Sie ist dafür ganz schön weit in der Geschichte zurückgegangen. Aber wir fanden das unglaublich spannend. Also Ende des 19. Jahrhunderts finden diese vegetarischen Bewegungen oder diese vegetarischen Vereine im Deutschen Reich sind im Wesentlichen in Großstädten. Das sind Personen, die männlich sind. Und es ist eine bestimmte Altersgruppe. Und zwar die Altersgruppe derjenigen, die jetzt in den Beruf beziehungsweise in die Familie hineingeht. Also die im Grunde genommen sich selber als Individuen entwickeln. Und es sind spezifische Berufsgruppen, die wir dort finden. Es sind jene Berufsgruppen, die entstanden sind mit dem Prozess der Industrialisierung. Also es sind die Angestellten, es sind die großen Lehrergruppen. Es sind alle, die mit den großen Infrastrukturen, die Ende des 19. Jahrhunderts aufgebaut werden, zusammenhängen. Das heißt, wir können sie sozial ziemlich genau charakterisieren. Und eigentlich können wir sagen, es sind die sozialen Aufsteigergruppen des 19. Jahrhunderts. Und wenn wir jetzt angucken für die Bundesrepublik Deutschland, als das wieder stärker wurde, dann können wir im Grunde genommen auch sagen, es sind wieder die sozialen Aufsteigergruppen. Und es sind diesmal als große soziale Aufsteigergruppen hauptsächlich auch Frauen. Also die haben im Grunde genommen am Anfang dieser vegetarischen Bewegung waren sehr, sehr viel vertreten. Die Männer sind jetzt nachgekommen und wir finden das natürlich in erster Linie in bestimmten sozialen Milieus. Also in akademischen Milieus, in der Wissenschaft, im Kulturbetrieb und so weiter. Das heißt, es ist keine gesamtgesellschaftliche Bewegung, sondern es sind in erster Linie jene sozialen Gruppen, die mehr oder weniger von ihrer sozialen Position aus auch die Macht und die Möglichkeit haben, einen bestimmten Lebensstil, eine bestimmte Lebensweise als höherwertiger, als achtungsvoller auszuzeichnen. Und damit verlassen wir auch schon den Bereich, warum wir diese Frage überhaupt gestellt haben und wie wir das Ganze soziokulturell einordnen und gehen über zum nächsten Kapitel für unsere Sendung heute. Und es geht mehr um praktische Dinge. Zum Beispiel die erste Frage, warum lässt sich Hafermilch schlechter aufschäumen? Diese Frage haben wir auch bekommen. Diese Frage hat vor allem auch Andreas Grobock schon letzten Freitag gestellt und bekommt jetzt hier die Antwort. Das kann sich jeder, der mit Kuhmilch schon mal hantiert hat und aufgeschäumt hat, ganz einfach auch erklären. Weil jeder weiß das, wenn man Halbfettmilch nimmt, dann funktioniert es einfach nicht so gut wie mit richtiger Fettmilch. Also das heißt, die Inhaltsstoffe sind wieder der Schlüssel zum Schaum. Und in dem Fall ist es, dass die Hafermilch zu wenig Proteine und zu wenig Fett hat. Das ist einfach das, die Kuhmilch hat Protein, hat Fett. Und das lässt sich dann super beim Schäumen in kleine wunderbare Lufttröpfchen verwandeln. Ja, das hat uns unsere Kollegin Pia Heinemann, finde ich, schon gut erklärt. Dann hat uns mehrfach die Frage erreicht, kann man Hafermilch selbst herstellen? Und dafür gibt es eine relativ einfache Erklärung. Und da hat sich tatsächlich schon die Sendung mit der Maus mit beschäftigt. So, und jetzt wisst ihr, wie man aus Hafer und Wasser Öl und ein bisschen Salz mit viel Rühren und Schütteln eine gleichmäßige weiße Flüssigkeit herstellt. Das ist dann Haferdrink. In der Fabrik wird das Ganze natürlich noch haltbar gemacht und dann in Trinkgattons abgefüllt und dann natürlich verkloppt, verkauft. Ja, die Zutatenliste hört sich schon, finde ich, relativ simpel an. Also es ist irgendwie einfacher als Kuchen backen, würde ich sagen. Hast du es schon mal gemacht? Nee, ich habe es tatsächlich noch nicht selbst gemacht. Ich mag ja Hafermilch ganz gerne. Das hatte ich, glaube ich, jetzt in der Sendung noch gar nicht gesagt. Das habe ich aber vorher schon mal gesagt. Ich mag Hafermilch ganz gerne, aber selbst gemacht habe ich es noch nicht. Wie sieht es bei dir aus? Da ich ja ein Kuhmilchtrinker bin, habe ich es noch nicht versucht. Aber vielleicht schaffe ich das nach dieser Hostwoche mal dann oder vielleicht am Wochenende. Ja, bei mir ist immer das Problem, dass mir Hafermilch oder viele Sorten von Hafermilch ehrlich gesagt zu süß sind. Und dazu haben uns ja auch einige Fragen erreicht. Nämlich das Thema enthält Hafermilch Zucker. Ja, es gibt welche, die ist mit Zucker versetzt. Und also es ist dann so süß. Schmeckt sicherlich vielen auch besser, wenn sie das pur trinken. Also ich glaube, über den Geschmack von Pflanzenmilch lässt sich trefflich streiten. Es gibt Leute, die sagen, ach, ich spüre da gar keinen, ich schmecke da gar keinen Unterschied. Es gibt Leute, die sagen, boah, das kriege ich nicht runter. Ich glaube, da muss man ausprobieren. Ja, apropos Zucker. Ich bin ja noch mit einem Werbespot aufgewachsen, in dem die Extraportion Milch in der Schokolade steht. Oh, ich auch. Ich auch. Kinderschokolade, richtig? Kannst du dich erinnern? Ja. Kinderschokolade, die Schokolade für die Extraportion Milch. Ja, wunderschöne Vorstellung, dass Schokolade so gesund ist. Aber natürlich bin ich auch damit aufgewachsen, dass Milch trinken auf jeden Fall gesund ist, wegen Kalzium vor allem. Ja, ich auch. Bei uns wurde auch immer das Glas Milch sozusagen, das hat man schon mitgekriegt. Die Frage ist ja, ist Kuhmilch denn wirklich so gesund für uns? Und wenn ja, kann die Hafermilch das auch halten mit ihren Inhaltsstoffen? Und das haben wir Pia Heinemann gefragt. Milch ist eigentlich was für Säuglinge. Kleine Babys, kleine Tierkinder kriegen diese Milch, weil da so unglaublich viele wichtige, gute Stoffe drin sind. Das ist Kalzium, das sind Vitamine, das sind Fette, natürlich auch Zucker. Also das ist ja eigentlich ganz, ganz hochwertig. Das ist konzentrierte, gute Kraftnahrung. Und wenn der Mensch erwachsen wird, dann war es früher so, dass die meisten Menschen aufgehört haben, in ihrem dünnen Darm Laktase zu produzieren. Diese Laktase baut den Milchzucker ab, also führt dazu, dass wir die Milch gut verdauen können. Wenn man erwachsen wird, kann man das eben nicht mehr. Und dann haben viele Leute, vor allen Dingen im asiatischen Bereich, haben dann Verdauungsprobleme. Das ist diese berühmte Laktoseintoleranz. Jetzt gibt es aber in Europa sehr viele Menschen, die das nicht haben. Die können auch als Erwachsene Milch weiter verdauen. Und das ist ein Hinweis darauf, dass das einfach so gesund und so gut für uns war, dass es ein Vorteil war, dieses Enzym, von dem ich vorhin gesprochen habe, diese Laktase, auch als Erwachsener zu produzieren. Und deswegen kann man einfach sagen, Milch ist sehr, sehr gesund für Menschen, weil sie eben alles hat, was man erstmal so braucht. Unglaublich reich, ein unglaublich reiches Nahrungsmittel. Und die Pflanzenersatzmilchs, wenn man das so nennt, die haben diese Stoffe natürlich nicht. Die werden ja so zusammengefügt aus Pflanzen. Dann wird dann vielleicht noch ein bisschen Calcium zugetan. Oder es gibt auch welche mit B-Vitamin. Das sind dann alles Zusatzstoffe, die in so ein Kunstprodukt einfließen. Also wir haben die natürliche Milch und wir haben das hochverarbeitete Lebensmittel Pflanzenmilch. Das steht gegeneinander. Man kann die Pflanzenmilch sicherlich auch so hochwertig machen, wie die Kuhmilch. Aber man muss halt ganz schön viel zusammenmixen dann. Das möchten viele vielleicht auch nicht. Ja, jetzt sind wir quasi schon bei dem großen Thema Gesundheit. Was ist gesund? Und dazu hat uns auch eine Sprachnachricht erreicht von Ibrahim Kadoura. Ich schaue auf den Zuckergehalt. Und der ist mir natürlich bei Hafermilch deutlich zu hoch, weswegen ich tatsächlich dann eben zur Kuhmilch neige. Weil einfach der Blutzucker nicht so schnell oder nicht so stark steigt wie bei Hafermilch. Ja, damit teilt Herr Kadoura die Meinung von Jessie Intuspe. Das ist genau die Ernährungsexpertin und Influencerin, die in dem ganz am Anfang der Sendung genannten Artikel die Interviewpartnerin ist. Ach so, genau. Quasi der Auslöser für unsere Sendung. Genau. Und die können wir auch noch mal kurz hören. Hier kommt sie. Glucose ist der bevorzugte Energieträger unseres Körpers und kein Schadstoff. Das Problem ist, dass die meisten von uns heutzutage viel zu viel davon essen. Das führt zu Glucosespitzen, was wiederum zu Müdigkeit, Heißhunger und so weiter führt. Ja, mit dem Thema ist sie ja ziemlich viral gegangen, ja eben auch bei uns. Und die große Frage ist ja, gibt es bei Hafermilch wirklich ein Problem mit den Glucosespitzen? Und das haben wir Pia Heinemann gefragt. Hafermilch hat relativ viel Kohlenhydrat, 7 Prozent im Vergleich zu einer normalen Kuhmilch mit 4,8 Prozent. Soja hat 2 Prozent, Mandel 2,4 Prozent. Also die ist da schon so ziemlich im Spitzenbereich. Aber das heißt jetzt nicht, dass sie ungesund ist. Weil ein normaler, gesunder Mensch isst ja den ganzen Tag auch Kohlenhydrate und hat dann natürlich seine Bauchspecheldrüse, die produziert Insulin und dann wird der Zucker ganz schnell abgebaut, sodass da eigentlich nichts passiert. Also es ist ganz normal, dass wir Zucker zu uns nehmen und dass der Blutzuckerspiegel dann auch ansteigt. Das ist nur für Menschen mit Diabetes ein Problem. Aber alle anderen gesunden Menschen können einfach Hafermilch trinken. Also ich halte das für so ein typisches Instagram-Phänomen, dass jetzt alle auf einmal auf ihre Glukosespitzen achten. Aber es spricht ja auch nichts dagegen. Also jeder soll ja mit seinem Körper machen, was er will. Und wenn er besonders gesund leben möchte oder glaubt, irgendwie er möchte wenig Fett essen oder er möchte wenig Kohlenhydrate essen, dann soll er einfach auf die Nährwerttabelle gucken. Und dann sieht er, Hafermilch hat viel Kohlenhydrate. Wenn er wenig Kohlenhydrate essen will, dann nimmt er vielleicht eine Sojamilch oder so. Aber ist das tatsächlich so, dass Hafermilch auch so Heißhungerattacken auslösen kann? Also das ist noch nicht erforscht, ob das von so einer Hafermilch passieren kann. Also die Hafermilch ist ja jetzt nicht ein reiner Zucker oder eine reine Schokolade. Für Schokolade und für Zucker gibt es schon immer wieder so diese Zuckersucht-Studien. Also es gibt Studien, die das nachweisen wollen, dass dadurch natürlich der Endorphingehalt im Gehirn ausgeschüttet wird. Das macht uns dann glücklich. Das ist dieser Glücklicheffekt. Aber ob eine Hafermilch mit ihrem vergleichsweise geringen Zuckergehalt wirklich so einen suchtfördernden Effekt haben kann, das bezweifle ich. Also vielleicht hat sich da Jessie Inchuspe auch ein bisschen verstiegen. Ich habe auch noch mal gesehen, sie hat dann irgendwie das auch so hergeleitet, dass das so ist, wenn man ein ganzes Glas Hafermilch auf leeren Magen trinkt. Ich glaube, das machen die wenigsten Leute natürlich. Ja, ich finde aber so die Idee Sucht nach Hafermilch statt nach Zigaretten oder irgendwas, finde ich eigentlich auch keine so schlechte Idee, wie er das gerade gesagt hat. Wir kommen zur nächsten Mail. Die kommt von Andreas Lindenberg. Er hat aus Neugierde Haferbrink ausprobiert und war überrascht, dass diese ihm einfach sofort geschmeckt hat. Er hat allerdings eine Frage, und zwar, ob die Herstellung von Hafermilch tatsächlich weniger Energie braucht, als die Herstellung von Kuhmilch. Und die weiterführende Frage ist, wie sieht die Umweltbilanz von Hafertrink im Vergleich zu der von Kuhmilch konkret aus? Und damit sind wir beim nächsten Themenblock angelangt und gehen auf das Thema Umwelt. Ja, das ist ja das große Thema. Also das ist ja letztlich das Thema, was alle bewegt, glaube ich, die von tierischen Lebensmitteln weggehen. Vegane Ernährung, vegetarische Ernährung. Da geht es darum, wie können wir irgendwie der Klimakrise Herr werden? Ja, und im Querschnitt auch natürlich aus den Hörermeinungen auch so der meistgenannte Grund, warum man überhaupt Hafermilch trinkt. Es ist ökologisch besser. Also kann ich damit so ein bisschen die Basis unserer Frage, werde ich ein besserer Mensch, weil ich Hafermilch trinke, weil es vielleicht einfach besser für die Umwelt ist? Also die einfache Antwort ist, Kuhmilch ist in allem schlechter. Aber man kann das ein bisschen aufdröseln. Also man kann gucken, wie viel Wasser verbraucht denn ein Liter Milch in der Herstellung im Vergleich zu einem Liter Hafer. Und da muss man dran denken, die Kuh selber muss ja erst mal Futter bekommen. Da braucht man Wasser, um zum Beispiel jetzt die, weiß ich nicht, die Soja-Plantage, wenn die Kuh dann wieder Soja-Futter bekommt, zu wässern. Dann trinkt die Kuh natürlich auch. Und es ist auch für die Verarbeitung Wasser notwendig. Und man kann das dann ausrechnen lassen. Und der grobe Schätzwert ist dann, dass ein Liter Milch ungefähr 700 Liter Wasser verbraucht. Also die Herstellung inklusive Kuh und so. Und ein Liter Hafer verbraucht nur 38 Liter Wasser. Also das ist schon ziemlich, 700 zu 38 ist ein Wert, würde ich sagen. Damit kann man ganz klar sagen, die Hafermilch oder der Haferdrink gewinnt. Das nächste wäre die Landnutzung, die auch immer wichtig ist, um das zu vergleichen. Da, klar, die Kuh muss irgendwo weiden. Die Kuh braucht Futtermittel. Der Hafer wächst einfach nur irgendwo. Da gibt es den Wert, dass ein Liter Milch ungefähr 8,9 bis 9 Quadratmeter Land verbraucht. Und für Hafer, für ein Liter Hafermilch, braucht man nur 1,8 Quadratmeter. Also das ist auch deutlicher Unterschied, wie da die Hafermilch gewinnt. Der dritte Punkt, wo man Hafermilch und Kuhmilch vergleichen kann, ist die Klimabilanz. Die wird immer in sogenannten Kohlendioxid-Äquivalenten gemessen. Das heißt, da fließt ein, wie viel Kohlendioxid wird für den Transport von Futtermitteln zum Beispiel verwendet. Wie ist die Verarbeitung? Wie viel verbraucht die Kuh selbst? Die Kuh zum Beispiel produziert ja auch Methan. Das ist auch wieder eine Ausstoß, eine Emission, die dann auch in dieses Äquivalent reinfließt. Und wenn man das alles berechnet, das sind natürlich grobe Rechnungen, weil man nie weiß, wie der konkrete Liter Milch jetzt halt wirklich hergestellt wurde. Aber grob betrachtet braucht ein Liter Milch bis zu 2,4 Kilogramm CO2-Äquivalent. Und ein Liter Hafer braucht nur 0,8 Kilogramm. Also da kommt ja jetzt in dem Fall der Hafer deutlich besser weg als die Kuhmilch. Und das ist natürlich relativ verlockend, dass man da jetzt auf die vegane Alternative einfach umschwenkt. Aber ganz so einfach ist es ja dann doch nicht. Das hat uns Sebastian Balzler erklärt. Der Biolandwirt braucht immer Vieh, weil er braucht ja den Dünger, den er ja gemäß Bio-Richtlinien eben nicht als Kunstdünger einkaufen soll und auf die Felder bringen soll, sondern er soll sie organisch, also das, was Kühe, Schweine, Hühner ausscheiden, auf die Felder bringen, um den Ertrag zu steigern. Also Biolandwirtschaft funktioniert überhaupt nicht mit einer rein veganen Ernährungsweise der Welt. Ich habe das Gefühl, man merkt immer mehr, dass es ein komplexes Thema ist und dass man in die ein oder andere Zwickmühle reinläuft. Weil natürlich sind Leute, die eher Biolandwirtschaft supporten wollen, auch eher bei der veganen Seite, auch eben eher Hafertrinker. Und gleichzeitig gibt es aber Gründe eben, jetzt wie gerade gesagt, dass man dann doch die Viehhaltung auch wieder supportet oder supporten muss. Da ist ja vielleicht an der Stelle auch ganz spannend nochmal ein anderes Thema, dass ja die Hafermilchtrinker vielleicht auch teilweise denken, dass sie mit Viehzucht überhaupt nichts zu tun haben. Aber das ist auch so nicht richtig. Das hat uns Sebastian Balz da auch erklärt. Ja, es bleibt ja natürlich bei der Hafermilchproduktion jede Menge übrig. Also der Hafer wird ja geschält und dann erst weiterverarbeitet und dann gefiltert. Und dieser Brei, der dann übrig bleibt, Pülpe nennen das die Fachleute, der ist für uns Menschen nicht so besonders lecker, aber ausgerechnet fürs Vieh wiederum ein ganz hervorragendes Futtermittel. Und Oatly verkauft das dann natürlich an die Schweinehalter rund um die Hafermilchfabriken. Ist vielleicht jetzt ein kleiner Schock für manchen Hafermilchtrinker. Das sollte es möglichst nicht sein, weil das natürlich ein Kreislauf ist, wie man ihn sich nur wünschen kann. Also wir sollen ja vom Hafer nichts wegwerfen. Das wäre ja die größte Klimasünde. So eine Reststoffverwertung könnte übrigens auch die Kuhmilch klimafreundlicher machen. Also beim Ölpressen oder beim Mehlmahlen, beim Kornmahlen, da gibt es so viel Rest, der übrig bleibt, aus dem die Kuh noch was machen kann. Und wir Menschen nicht. Diese Kreisläufe müssen richtig geschlossen werden. Dann wäre für das Klima am meisten getan. Das sind Strukturen, die sich erst mal ändern müssen. Das dauert ein bisschen. Es gibt noch keinen rechten Preis, der das attraktiver machen würde, die Reststoffe wirklich so komplett zu nutzen. Und das Zweite ist, es wird weniger Milch geben, wenn man das so umstellt. Die gleiche Menge kann man auf die Weise nicht produzieren wie bisher. Die positiven oder optimistischen Schätzungen sind zwei Drittel vielleicht von dem, was bisher hergestellt wird. Ja, wenn es weniger gibt, Angebot und Nachfrage, wird die Milch teurer. Im Moment geht es ja eher darum, dass die Hafermilch vielen Menschen zu teuer ist. Vor allem, wenn sie darüber nachdenken, wie der Herstellungsprozess funktioniert und so weiter und so fort. Und dazu haben uns natürlich auch jede Menge Zuschriften und Sprachnachrichten erreicht. Hören wir mal rein. Der Preis im Supermarkt, der kommt mir irgendwie im Vergleich zu der normalen Milch eigentlich ungewöhnlich hoch vor. Wenn die Hafermilchprodukte, auf denen Barista steht, nicht doppelt oder dreifach so teuer wären, würde ich die eventuell sogar für meinen Cappuccino nutzen. Da klingt so ein bisschen der Vorwurf durch, dass sich die Hersteller von Hafermilch und Milchersatzprodukten die Taschen voll machen. Aber so ist es wohl nicht. Das ist jedenfalls den vorgelegten Bilanzen der Hafermilchproduzenten nicht zu entnehmen. Die sehen nicht so doll und rosig aus bisher. Wir haben in den letzten Jahren ja auch an den Börsen eher einen Verfall der Kurse gesehen. Bei den Produzenten wie Oatly ist ja der bekannteste davon. Also so einen Reibach machen die bisher nicht. Das liegt nicht daran, dass die schiere Herstellung so teuer wäre. Da hat die Hörerin natürlich recht. Ein Molkereibesitzer, der natürlich auch für seine Seite sprach, hat mir mal gesagt, das sei so einfach, dass ein dressierter Affe das auch hinbekomme, Hafermilch herzustellen, weil es so simpel sei, die Dinge zusammen zu rühren. Aber es ist ein neues Produkt, die Hafermilch vergleichsweise. Sie wird stark beworben. Marketing ist ein großer Brocken. Dafür wird viel Geld ausgegeben. Und es wird natürlich auch noch ganz schön viel ausprobiert. Wie geht das vielleicht besser als bisher? Und das sind Investitionskosten, die bei einer reifenden Industrie nicht mehr so anstehen wie bei einer ganz jungen. Ja, da wird viel ausprobiert. Aber man muss auch sagen, da hat sich in den letzten Jahren natürlich auch schon viel getan. Es gibt mittlerweile ein riesiges Angebot an Milchersatzprodukten in den Supermarktregalen. Allein daran sieht man ja schon die Bedeutung. Denn wenn die Nachfrage nicht da wäre, würde die Industrie sicher nicht auf diesen Zug aufspringen. Ja, und an der Stelle kommen wir zu einer letzten Hörermail von Kerstin Hotte, die nämlich der Ansicht ist, dass es durchaus auch mal angebracht wäre, Danke zu sagen. Und zwar den Pionierinnen und Pionieren wie ihr, die zu einer Zeit beschlossen haben, auf Kuhmilch zu verzichten, als die Alternativen, wie sie schreibt, noch furchtbar geschmeckt haben. Und die sicherlich dazu beigetragen haben, dass es heute viel genussvollere Alternativen gibt. Die gibt es, das kann ich bestätigen. Ich trinke ja Hafermilch auch ganz gerne zwischendurch mal. Einfach, weil ich sie lecker finde. Und ja, da bedanke ich mich gerne an der Stelle bei Ihnen, Frau Hotte. So, jetzt haben wir viele Fragen zur Kuhmilch und pflanzlichen Alternativen beantwortet, viele Aspekte beleuchtet. Manche Nachrichten haben es leider nicht in die Sendung geschafft. Entschuldigung dafür. Aber wie am Anfang schon gesagt, wir waren sehr froh über die vielen Zuschriften und natürlich auch die ganze Menge an Sprachnachrichten, die uns erreicht hat. Ja, und Ihr Zuspruch hat uns aber auch gezeigt, dass das Thema interessiert und polarisiert. Also jetzt am Ende vielleicht noch einmal die Frage, sind Hafermilchtrinker die gesünderen und besseren Menschen? Michael, was meinst du? Tja, das können wir auch nach der Folge nicht beantworten. Aber was wir sagen können, ist, dass wir viel gelernt haben über Ernährung und zwar über ganz verschiedene Dinge. Gesundheitliche, wirtschaftliche, historische und auch ökologische Aspekte. Ja, und damit sind wir am Ende der Sendung, am Ende der Hörerfolge und auch am Ende der Woche. Nächste Woche geht es bei uns natürlich unter anderem um die Europawahl mit Corinna Budras am Montag und Kathi Schneider als Host der Woche. Wir bedanken uns bei Emma Feuerbacher und Jakob Kremsow für die Mitarbeit an dieser Folge und bei Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer, natürlich fürs Zuhören. Also, wir sagen beide Tschüss und ein schönes Wochenende. Tschüss.